In unseren Webinaren klären wir verschiedene Fragen rund ums Thema Rekrutierung. Wie beispielsweise, was ist ein Bewerbermanagement-System und wozu brauche ich dies? Was sind die Vorteile der Online-Bewerbung? Welche Softwareanbieter gibt es? Und wie sieht das alles in Dualu aus? Die aktuellen Webinardaten finden Sie natürlich auch immer auf unserer Homepage. Also melden Sie sich für Ihr Webinar an. Wir freuen uns auf Sie. Vielen Dank.